ich habe einen neuen bus ja so warte mal wir müssen jetzt einen fahrer zu und wähle ausschließlich rk-busse das heißt wir müssen auf jeden fall in den shop gehen und gucken dass wir noch einen bus kaufen warte mal so war das shop das ist ein erdgas bus ja das ist ein motortyp erdgas sehr geil gut dann gehen wir unser erspartes aus und kaufen uns einen neuen bus nee das ist der verkauf ich habe den jetzt geholt ja ich muss ja ich will ja den hier haben erstmal das ist mein das ja das ist der gleiche den ich auch schon fahre allerdings als gelenk bus genau deswegen muss ich jetzt nicht wieder sein erdgas bus ich fahre jetzt tatsächlich eine route mit dem erdgas bus setze den noch mal ein und mache damit die letzte macht den nächsten teil genau jetzt muss ich meine busse also das erste mal tatsächlich mit dem bus fahren bearbeiten so spiel haben mache ich denn dann diesmal nee wieder nicht rot weiß ist das ja ich kann ich machen hallo baby kapsel sorge blau skins Ah, dieses Screens kriege ich jetzt freigeschaltet da unten. Später. Ich nehme mir diesen. Anwenden. Ich muss ihn ja übernehmen jetzt. So, okay. Dann fahren wir auf den Streckenplaner. So, dann nochmal auf diesen hier ein Fahrrad zuweisen. Er hat Gas und wir lassen die hier beauftragen. So, die lassen wir jetzt mit dem Bus fahren, dann haben wir das Ding auch fertig. Das ist nämlich das, was ich machen muss. Ich glaube, die Fahrer in Einkommen generieren. Okay, also ich soll dann zehn Strecke, zehn Haltestellen. Landwirtschaftszone 2, Schobergrund, Oakville und Siegwalden. Streckenplaner. Also Landwirtschaftszone. Ne. Ne. Okay, dann haben wir die. Dann haben wir die. Dann müssen wir nach Schobergrund. Die zwei nehmen, Oak, hoch nach Oakville. Die maximal zehn Haltestellen verbindet. Schobergrund. Und dann müssen wir nochmal, ne, Siegwalden. Da müssen wir nämlich hier hin. So, neun. Sehr gewisse Hose, wie ich die fahre. Dann fahre ich nämlich bis hier. Und habe die Dings weg. Speichern. Und habe die nämlich weg, die Strecke. Siehst du, das ist nämlich die Strecke. So, und ich muss da ordnen Fahrrad zu und wähle ausschließlich Ergas Busse. Okay, das heißt, ich muss den jetzt auf... Ich fahre jetzt die nochmal. Die letzte hier, die ich noch nicht habe. Genau, Heuschober mit einer Siegwalden. Die fahre ich jetzt nochmal mit dem Erdgas Bus, wenn ich den frei habe. So, okay. Achso, ich soll die Strecke nochmal mit dem Erdgas Bus fahren. Nicht Organe, sondern diese Strecke hier. Oder? Warte mal. Ich fahre jetzt... Warte mal. Wollen wir an der Fahrt beginnen. Ich würde es jetzt einfach mal so. So, neuer Bus. Neues Glück. So, das ist wohl nämlich einfach jetzt... Drive. Ich muss jetzt mich komplett nochmal umgewöhnen. So, wir tun da was für die Umwelt. Neuer Bus, neues Glück. Moin. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Das könntest du, ja. Einzel, Standard. Gib ihm. Danke. So, nie gleichzeitig könntest du das jetzt für den Zuckerfabrik. und egal ob wir daряger mal ein bisschen glücklich mit dem Erdgas Bus. Ja, keinen Sprit. Ja, fahren wir ein bisschen unweltfreundlich. Ich weiß nicht, ob wir die tatsächlich die eine Strecke nehmen können. Oder wir die nochmal einsetzen müssen mit dem gleichen Bus. Automatisch. Hi, Corona. Ja, ne? Guck mal, das verlinige. Standard 2. Und du willst 60 Cent zurück. Bitte. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Äh, ja. Tag. Standard. 2. Na, das ist gut. Ich weiß, das ist richtig. Danke. So. Hm. Nicht behalten. Tischgrund. Weißt du, gestern das Konzert im alten Sägewerk gesehen? Die haben ja echt mal gerockt. So. Ach, das ist ein Auto, was da noch kam. Ja, Mann, 4.300 Hecke. Der Mensch ist ja nicht fertig. Ich kann nicht noch so jemanden, die einen Schlüssel nicht finden konnte. Aber vergiss, ne? Ja? Du konntest trotzdem nicht finden. Er hat gesagt, er konnte seine Schlüssel nicht finden. So. Eine Fahrkarte, bitte. Tag, Standard, Truppen. Danke. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Einzelstudent 2. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Ja, Woche. War das ein Geist? Bitte was? Du sollst weniger von dem Zeug nehmen. Tschüss. Jetzt kommt keiner mehr rein. Aber lässt sich sagen, wir nehmen fahren, muss ich sagen. Mit meiner Meinung nach, kam ich nicht zurecht, den ich einmal da geholt habe. Ich meine es, aber jetzt geht es eigentlich mit dem Aircars-Bus. Okay, der wird sich voll den Freund. Oh, sieh dir das an. Ist das nicht wunderschön? Mhm. Die läuft komisch. Ich stehe da ein Auto vor der Nase. Geh mal hin. Hör mal laut hupen. Jetzt steht jetzt der weg. Ja, manchmal hast du so Leute, die an der Bushaltestelle parken müssen. Ich brauche eine Fahrkarte. Du brauchst eine Fahrkarte. Nisch ist umsonst. Wenn es zu meiner. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. So, Einzel. Standard. Ich bin. Danke. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Woche. Student. Zwei. Zwei. So, alle haben, alle durch. Ich hätte ja nicht gedacht, dass es stimmt. Aber Christina ist amputiert. Blöd. Hier ist der weg. Oh Gott. Ich wollte ja nicht sagen. Ich weiß nicht. Da gehört. Ich weiß nicht. oh gut passt ich brauche halt nur ein bisschen mehr hause ja warte mal wir sind mit dem gelenkbus das wird noch lustiger aber ich habe ich habe ich hoffe nicht auch das letzte dings gebiet frei schnauze nichts vergisst den fuß der quält sich hier die geile berg auf der bus so das ist halt das sägewerk die serie so die party location spricht ja mal darüber dass da mich spät aufgetreten sind und so ich brauche eine fahrkarte so tag standard das ist sehr angenehm fahren muss es eine fahrkarte einzel standard 1 87 zurück kann ich bitte eine fahrkarte haben ja so wenigstens hält dass die zwei verkarten kaufen und ich habe nur schwarz fahrer sind der bus ist voll ist gut was los die eichenstraße 50 was zum geier ist das für ein geräusch hört das noch irgendwer ich habe keine ahnung was er da nimmt die ganze zeit ich brauche mehrere fahrkarten du brauchst fahrkarten ich kaufe teilweise ist nur um zwei immer kommen also drei vier verkauft eine fahrkarte bitte einzel senior ich brauche eine fahrkarte eine woche student eine das ist jetzt halt auch mal ein paar passend vorhin hast du meinst du hier äh blau gelb wegen leipziger verkehrsbetriebe haben wir trotzdem die verkehrsbetriebe haben wir trotzdem die verkehrsbetriebe eine fahrkarte bitte eine fahrkarte bitte eine fahrkarte bitte so das müsste die vorletzte haltestelle sein das müsste eigentlich die letzte haltestelle jetzt müsste Lido sein ich hage jetzt mal nicht hier durch den Räuf weil da vorne sind Blitzer so kann ich bitte eine fahrkarte ja kannst du eine fahrkarte wie einzel standard 1 passt ganz auf nach komm schon wieder so leuchten ich komme zu spät ich habe keine musikern kurz wissen wo ich weiß es so er ist doch ein halte schlinder nach schlinder ich würde noch eine einsteigen ich fahre ein bisschen zu schnell mit dem bus mit dem tür zu machen dann würde noch einer einsteigen ja jetzt ist die andere stelle da kann fahr ja ja So, jetzt haben wir zehn Stationen, die wir noch mal hatten. So, einmal raus jetzt. Ich bin hier im Schädel. Wer jetzt hier meinen Bus anfängt, will ich schmutzen. Hey. Ich will sowas, was ohne Höhe ist, hier ist nicht das Cafélicher. Kann ich dir nicht irgendwie hinterherwerfen? Jetzt gehe ich spazieren. Hm? Ich gehe so ohne Joggen, ja. Ach, da fällt der Zug. So, genug Joggen. Ich habe hier keine Ausdauer. Das hätten wir in die Route 9. So. Die Autobahn ist leider noch nicht frei. Okay. Ja, da fällt das letzte Gebiet noch. Hafengebiet ist das oder so. Ich werde mich auf der Autobahn dann kommen. Ich werde mich nicht wundern, wenn du dann auch da dran sitzt an dem Spiel. Das habe ich jetzt lustig gemacht. Hm? Das glaube ich nicht, dass du mehr Peer hast als sonst der Bus. Ich weiß nicht, wie viele Peer sie haben denn. Müsst ihr, glaube ich, da stehen irgendwo. Hallo, ich will Feierabend machen. Bewegt euch. Oh Leute, ich will Feierabend machen. Mein Essen wartet zu Hause. So. Klang. Das war mir fast klar. Ich war zu schnell. Ja, bist du zu viel gebremst? Shit. Ja, bist du zu viel gebremst? Ja, wie? Dann doch nicht. Dann wieder 750 Dollar. Also wieder 2.100 nur gegen Schatzunfall bezahlt. Ja. 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 Das ist das Depot. Ja, ich bin ein bisschen im Chat. Jetzt hoffe ich, dass ich da irgendwie noch mit reinkomme. Hm. Passt. Ich muss sich wirklich um alles kümmern. Ja. Wie war das Motor aus? Ja. Ey. Hey. Mein erster Film. Aber ich bin der Fast-Level, die ich mittlerweile schon hinter mir habe. 4 Stunden 42 Minuten sind durchgefahren. War nicht gut. So, Streckenplaner, das haben wir ja noch als nächstes. Okay, ordne mindestens ein Fahrer zu will, ausschließlich Eidgasbus, zumindest ein Fahrer. Habe ich hier nicht schon gemacht? Ja, aber es fehlt eigentlich jetzt nur noch die Erdnussgasfahrer, die zuordnen. Ja, jetzt würde ich den Bezirk freischalten und dann kriege ich noch 75.000 plus Werbung. Ja. So. Wer hat denn hier noch nichts? Ach komm, kriegst du den, ja. Eine andere Strecke. Kann ich die Strecke mal löschen da oben. So. Gut, jetzt gucken wir mal, was ich da noch so habe. Genau, siehste, freigeschaltet. Jetzt muss ich eigentlich nur die 85% schalten. Das ist aktuell 51, aber der muss halt ich mit der Opposite arbeiten schneiden. Der Herr Goplin muss halt ich generieren, kein Einkommen. Okay. Gut. Ja, dann können wir uns machen später drum. Okay. Okay. Vielen Dank.